Chaos ist das, was vor der Zeit existierte. Wenn die Worte einer Geschichte ihre Bedeutung verlieren, wenn Taten keine Geltung mehr haben, wisse, dass nur der Glaube dich vor diesem Schicksal bewahren kann, hier im Garten der Welten. Manchmal denke ich ans Mittelalter, wie es sich angefühlt haben muss, in den Überbleibseln solch einer mächtigen Zivilisation zu leben und sich bewusst zu sein, dass so viel Wissen verloren gegangen ist. Aber dann denke ich daran, dass während Europa in Dunkelheit versank, andere unser Wissen bewahrt haben. Die Zivilisation hat immer überlebt, weil die großen Errungenschaften der Philosophie und der Wissenschaft nicht an ein Volk oder eine Religion gebunden sind. Sie gehören uns allen. Und eines Tages werden sie dir gehören. Die Zivilisation 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020